Moin Moin und herzlich Willkommen auf dem Royal Jerk Server. Bevor ich auf die Sachen, die ich im Titel zu dieser Folge geschrieben habe, eingehen möchte, erkläre ich euch kurz, was ich währenddessen vorhabe. Und zwar seht ihr da vorne einen Cobblestone-Block. An dieser Stelle soll nämlich mein neues Gebäude hin. Was ich dann so dahin bauen möchte, das kommt dahin, weil ich gerne möchte, dass es oft geladen ist, wie zum Beispiel die Farm hier. Dementsprechend baue ich es auf diese Seite meiner Base und nicht auf die andere. Obwohl das Ganze insgesamt Wohnhaus-Hochhaus-mäßig sein soll, wie dieses Haus hier, auf dem ich gerade stehe. Aber da hinten passt es einfach von der Technik her am besten. Gut, dann werde ich mal auf den Titel eingehen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich den nennen werde, aber es wird deutlich, dass es um Computerspiele gehen wird. Und zwar um die Kritiker und das leidliche Thema, sind Computerspiele schädlich oder nicht. Ich denke, ihr kennt alle diese Diskussionen mit den Eltern oder mit sonst irgendwem. Und irgendwann kommt halt so das Argument, durch Computerspiele wird man dick, dumm, hässlich und einsam. Sag ich jetzt mal. Das ist natürlich alles sehr plakativ. Ich suche nebenbei mal was zu essen. Aber ich glaube, das skizziert doch ziemlich gut, in welche Richtung das geht. Und dabei finde ich das immer sehr schade, dass man nicht wirklich mit solchen Leuten diskutieren kann. Weil man darf so jemanden dann gefühlt nicht ansatzweise recht geben. Weil es ist natürlich nicht alles gut mit Computerspielen. Das will ich hiermit auch gar nicht sagen. Ich will nicht sagen, dass ihr bloß nicht mehr rausgehen sollt und den ganzen Tag drinnen sein sollt und Computer spielen sollt und bloß keine Real-Life-Freunde haben. Das ist auch meiner Meinung nach falsch, der falsche Weg. Und den sollte man wirklich nicht eingehen. Das ist wirklich schädlich. Deswegen, wie gesagt, finde ich es schade, dass man oftmals, natürlich nicht immer, mit solchen Leuten nicht reden kann. Weil sobald man denen einen kleinen Strohhalm gibt, wie zum Beispiel bei Free-to-Play-Titeln, wenn man sagt, ja, manchmal ist es dann doch Pay-to-Win und man muss doch was zahlen. Da heißt es dann gleich, es sind alle Spiele, alle Free-to-Play-Titel, Abzocke und Pay-to-Win und das ist dann immer sehr schade, dass sowas dann so ausatmen muss. Von daher, ja, so sehe ich das im Moment. Nichtsdestotrotz bin ich ein Computerspiel-Befürworter. Wer hätte es gedacht, war hier nicht noch Holz drin, da. Ich spiele auch ziemlich viel, gerade jetzt in meiner Semesterfreienzeit sitze ich fast den ganzen Tag vorm Rechner. Und ich kann hier natürlich nichts bauen. Und ich merke auch selber, dass es manchmal zu viel ist und dann höre ich von selber auf und mache was anderes. Ich spiele viel Fußball, ich schwimme und sowas. Also mein Leben besteht nicht nur aus Computerspielen. So, soweit zu mir. Jetzt werde ich mal einige Klischees in den Raum werfen, die ich mit euch diskutieren möchte oder die ich zur Diskussion stellen möchte. Und außerdem finde ich, also bevor ich damit anfange, noch ein Hinweis. Und zwar laufen diese Diskussionen in der Regel darauf hinaus, dass eine der Parteien anfängt mit Studien. Die Wissenschaft ist da immer ein ganz tolles, wunderbares Mittel, seinen Argumenten Gewicht zu verleihen. Und Statistiken da mit hineinzuziehen. Doch das Problem ist eigentlich immer, dass die Leute, die mit Statistiken argumentieren, noch nie eine wirkliche Studie gelesen haben. Und einfach überhaupt keine Ahnung von Statistik haben. Ich bin jetzt auch kein großer Statistiker, aber ich studiere das Zeug nun mal. Ich habe davon Ahnung. Ich weiß, wenn eine Statistik, wo bei einer Statistik Probleme auftreten können und inwiefern da Fehler sind. Ich muss einmal was nachgucken. Das hätte ich wahrscheinlich gar nicht sagen müssen. Ihr merkt den Cut nicht mehr. Ich habe hier einmal nur nachgeguckt, wie ich das bauen möchte. Ja, ich muss mich echt konzentrieren hierbei, um da die richtigen Sachen zu erzählen. Also, für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, ich studiere Mathe und Informatik. Und das beinhaltet natürlich auch Statistik. Ich mag es nicht gerne. Das ist mein Französisch in der Uni oder an der Uni. Aber ich verstehe zumindest, was da passiert bei Auswertungen und sowas. Und deswegen möchte ich euch nahelegen, die Links in der Beschreibung euch durchzulesen und anzugucken. Denn da sind Statistiken, die ihr für eure Argumentation gegen jemanden, der sagt, oh Computerspiele sind das Schlechteste auf der Welt, nutzen könnt. Die sind verständlich. Es sind in der Regel Interviews vom Spiegel oder von der Welt oder sowas halt seriöse Quellen, die jemand Außenstehender, der sich nicht mit dem Medium beschäftigt, als seriös einstuft und sagen kann, ja, das, was da steht, das ist schon gut recherchiert. In dem einen Artikel wird eine Studie von der Berliner Charité zitiert und die ist sehr angesehen und sehr bekannt. Von daher könnt ihr dann damit auch vernünftig mit einer Studie argumentieren und sagen, hier, das hat Hand und Fuß, was da geschrieben wird und ich diskutiere hier nicht aus dem Blauen heraus, das stimmt schon. Vor allem, weil da der Studienleiter interviewt wird und der steht dann sozusagen mit seinem Namen dahinter, mit der Richtigkeit der Studie. Ich fange an mit dem Thema, also mit dem Gerücht, das sich erstaunlich lange hält, gut, habe ich noch mehr zur Zeit zu quatschen, muss mich nicht konzentrieren beim Bauen, und zwar, dass Computerspiele dafür entwickelt wurden, Soldaten, also speziell Ego-Shooter, das Schießen beizubringen und sie für Kampfeinsätze auszubilden und sie abzuhärten. Jeder, der schon mal eine Waffe in der Hand hatte und ich hatte schon mal eine Waffe in der Hand, zwar eine kleine Waffe, eine Handfeuerwaffe, der wird über diese Aussage nur lachen können. Das hat einfach nicht ansatzweise etwas damit zu tun, dass man da zielt und keine Ahnung, das ist einfach Quatsch. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte schon mal eine Waffe in der Hand und jeder, der mal bei der Bundeswehr war, der wird das bestätigen können. Wie soll man denn durch einen Ego-Shooter trainieren können, dass man besser zielt? Gut, also das ist einfach, weiß nicht, rein logisch, rein aus dem Menschenverstand, jetzt argumentiere ich natürlich nicht wissenschaftlich, das ist einfacher Bullshit, das weiß nicht, ist ziemlich lächerlich. Beziehungsweise ich argumentiere noch nicht mal nicht wissenschaftlich, weil in dem ersten Link wird darüber gesprochen, inwiefern das wirklich eingesetzt wird, denn das wird überhaupt nicht eingesetzt beim Militär. Das ist Quatsch, das wurde nie und wird auch nie eingesetzt. In der Art zum Trainieren, da hat sich die Autorin von dem einen Buch, hat sich da schlau gemacht und aus erster Hand mit Quellen gearbeitet. Und ja, das könnt ihr da gut nachlesen und jemandem dann zeigen, dass das Schwachsinn ist. Auch, dass man durch Videospiele abgehärtet wird, dass man dafür für den Krieg ausgebildet wird, um das Grauen zu ertragen, was da passiert ist, ist genauso schwachsinnig. Das kann ich natürlich nicht aus erster Hand sagen, ich war selber nicht im Krieg oder in irgendeinem Krisengebiet, aber das weiß ich nicht, also geht halt, oh, nicht schon fiet, das geht auch aus diesem Artikel hervor, dass das nicht geht, das ist psychologisch nicht möglich, jemanden damit auf mehr Leid oder sowas, ja, hier, wie heißt es, vorzubereiten. Das, was das Militär mit den Spielen gemacht hat, also es stimmt, dass das Militär Spiele benutzt hat, für die Ausbildung von Soldaten. Und zwar in Richtung Gruppenzusammengehörigkeit, Teamgefühl und Taktik. Also es werden Strategiespiele gespielt, es wird auch, damals ging es um Doom, es wurde Doom gespielt, aber um halt ein Gruppengefühl hervorzurufen und ein Teamgefühl zu erzeugen. Und das ist ja primär was Gutes und noch nicht mal was Negatives. Und wie gesagt, Soldaten können mit Computerspielen, können sie nicht auf den Krieg vorbereitet werden, es geht nicht. Die nächste Sache, Computerspiele machen dumm, eisensam, dumm und einsam. Das hängt nicht von den Computerspielen ab. Das ist, das hängt von dem Menschen ab, der die Computerspiele nutzt. Und das hat ja kein Computerspiel zu verantworten, denn da gibt es einen ganz, ganz, ganz blöden Denkfehler, der gemacht wird. Denn das gleiche kann man ja über das Fernsehen sagen. Fernsehen macht dumm. Das mag in einem gewissen Grad stimmen, weil man sich nur hinsetzt und nichts macht. Aber diese, selbst wenn darüber, da kommt jetzt mein Wissen über Studien mit rein, selbst wenn darüber Studien veröffentlicht werden, in diesen Studien muss man aufpassen, dass nicht der Denkfehler gemacht wird, Ursache und Wirkung zu vertauschen. Denn man kann ganz einfach sagen, Menschen, die Fernsehen gucken, sind dumm. Ja, okay, aber das heißt ja nicht zwangsläufig, dass die Menschen, die Fernsehen gucken, durchs Fernsehen dumm geworden sind. Denn dumme Menschen gucken Fernsehen. Das soll jetzt keine Verurteilung sein gegen alle Menschen, die Fernsehen gucken. Bloß nicht. Ich möchte nur auf den Missstand dieser Argumentation hinweisen, dass man halt als dummer Mensch eher Fernsehen guckt. Nein, das ist auch böse ausgesagt. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich damit meine. Ich will jetzt, wie gesagt, niemanden verurteilen, der Fernsehen guckt, dass er jetzt doof ist oder sowas. Aber man kann halt nicht damit argumentieren, wenn man Fernsehen guckt, dann wird man dümmer. Das ist ja, das ist einfach Quatsch. Ja, das ist der Teil. Jetzt muss ich einmal überlegen, wie ich hier weiterbauen muss. Das habe ich nämlich nicht vorgebaut, so wie ich es hier gemacht habe. Denn an dieser Stelle muss ich ja weitergehen. Da ist der Block, das ist dieser Block da oben. Daneben muss ein Zaun hin. Das heißt, da muss ein Zaun hin. Und Okay, ja, jetzt weiß ich nicht, wie das nachher aussehen wird. Zur Not berichtige ich das. So, ich muss mal auf mein... Genau, die Einsamkeit. Von da aus kann ich gleich weitergehen. Ich habe mir Notizen gemacht dazu, dass ich nichts vergesse, weil das halt ein kompliziertes Thema zu besprechen ist. Die Einsamkeit. Die Computerspiele sind regelmäßig in der Kritik, dass sie Amokläufer hervorbringen. Und, also das ist gerade nach dem Columbine-Massaker, wo ja nachgewiesen wurde, dass er Counter-Strike spielt. Uh, ich habe auch schon Counter-Strike gespielt. Dass er dadurch trainiert hat, da hinzukommen und durch die Community da angeheizt wurde und durch die Verherrlichung der Waffen dabei da unterstützt wurde, diesen Amoklauf zu machen. Und, dass er ja besonders gut geschossen hat, also irgendwie acht Schüsse und davon waren drei tödlich und acht von acht haben getroffen. Irgendwie sowas war das. Das weiß ich aber nicht mehr genau. Auf jeden Fall hieß es, dass er außerordentlich gut geschossen hätte. Damit bin ich wieder beim ersten Thema, dass er damit trainiert hätte. Hat, aber die haben bei der Berichterstattung außen vor gelassen, dass er die Waffen von seinen Eltern geklaut hat. Und dadurch selbst schon Videos veröffentlicht hat mit Waffen in der Hand, wo er geschossen hat und alle sind drum und dran. Und das kann man den Computerspielen in dem Fall ja gar nicht anlasten, weil, ähm, das, das, das kommt halt von, von dem, von dem laschen Waffengesetz in den USA. Ich möchte jetzt auch nicht auf die Diskussion hinaus mit den Waffen in den USA, sondern, ähm, wenn er nicht an Waffen gekommen wäre, dann hätte er das Ganze gar nicht machen können. Deswegen ist das Quatsch, das da an der Stelle in den Computerspielen zuzuschieben. Außerdem hat das FBI im Zuge der Ermittlung, ähm, zugegeben oder erzählt, dass man kein eindeutiges Täterprofil für jemanden, der einen Amoklauf plant, erstellen kann. Das heißt, es gibt keine eindeutigen Kriterien, wann ein Mensch in dieser Art durchdreht. Die gibt es nicht. Du kannst es hier nicht sehen an der Vereinsamung, du kannst es nicht sehen an seinen Freizeitaktivitäten, du kannst es einfach nicht vorhersehen. Sicherlich, äh, Vernachlässigung mag eine große Rolle spielen, also ein, äh, nicht vernachlässigter Mensch neigt weniger dazu, so durchzudrehen wie ein Vernachlässigter. Ähm, aber man kann es nicht an einer, einer konkreten Sache festmachen, es ist nicht möglich. Also Computerspiele formen auch keine Amokläufer und, ähm, ja. Und was machen, ja, jetzt komme ich von den negativen zu den positiven Sachen von Computerspielen. Ähm, denn ich erlebe das häufig in, äh, in Diskussionen mit jemand, der mich dann fragt, warum spielst du Computerspiele alt? Äh, und früher habe ich dann halt irgendwelche Gründe vor, vorgeschoben von wegen, ähm, ja, die machen intelligenter und dadurch, äh, erhöhe ich mein, 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 mein räumliches Denken. Und das stimmt auch. Selbst damals, als ich, als ich noch nicht studiert habe, habe ich mich mit solchen Themen beschäftigt und mich da schlau gemacht. Das tun Computerspiele. Das ist jetzt die, äh, Studie der Berliner Charité, die, ähm, Tests an Nichtsüchtigen, das kommt noch dazu, da habe ich mich verbaut, oder? Ne, da habe ich mich verbaut. Äh, bei Nichtsüchtigen und Nichtübermäßig vielspielenden Menschen gemacht, die eine, äh, die einen größeren, ich glaube, Frontalkortex haben. Auf jeden Fall war das für die Wissenschaftler extrem erstaunlich, wie ausgeprägt die räumliche, das räumliche Sehvermögen von diesen Menschen sind. Und, ähm, und daher kann man sagen, Computerspiele machen bis zu einem Grad schlauer. So, an dieser Stelle nochmal kurz Stopp und ich möchte an mein Eingangsplädelier erinnern. Ich möchte hiermit jetzt nicht erreichen, äh, dass ihr überall rumgeht und sagt, oh, der Wombu hat gesagt, das macht schlau, das macht intelligent, dafür mache ich mein Abi. Das 1.0 locker, ohne Probleme. Das stimmt natürlich nicht. Sie machen, ähm, in gewisser Weise schlauer, sie schulen spezielle Fähigkeiten, aber man wird dadurch jetzt kein Superbrain lernen, müsst ihr leider. Leider trotzdem noch. Sicherlich, ähm, lernt ihr durchs Spielen besser, weil der Mensch allgemein durchs Spielen besser lernt, aber, ähm, leider, äh, ähm, gibt es noch kein gutes Computerspiel, Computerspiel, was euch mathematische Formeln näher bringt, um bei meinem Fachgebiet zu bleiben. Die gibt es noch nicht, vielleicht irgendwann in der Zukunft, ähm, da empfehle ich euch einen Podcast, den ich euch auch verlinkt habe, von Rocket Beans TV, und zwar mit der ersten europa-weiten Professorin für Game Design, die hat sich darüber ausgelassen und die hatte auch wirklich Ahnung davon. So, äh, Computerspiele machen schlauer. Wo war ich jetzt? Ähm, jetzt bin ich voll abgedriftet mit meinem Plädoyer. Ähm, ich höre mir gerade mal an, was ich eben gesagt habe. Nee, ich glaube, ich habe alles gesagt und kann meinen Zettel dann weglegen. An jetzt, ab jetzt kommt der Rage-Mode, nein, ähm, nicht ganz so schlimm. Äh, ab jetzt möchte ich was zur Berichterstattung, äh, nein, ich bin nicht runtergefallen, sehr schön. Äh, zur Berichterstattung von den alten Medien sagen, Fernsehen und sowas, und speziell von den, zu den Öffentlich-Rechtlichen. Und zwar finde ich das sehr traurig, was da regelmäßig passiert. Die Öffentlich-Rechtlichen, das sind ARD, ZDF und sowas, sind nicht alle, aber leider die Großen, die, die von allen gehört werden. Dadurch kommen halt auch diese Gerüchte auf und sowas. Die sind in Sachen Internet, Computerspiele, Berichterstattung, etc., wirklich schlecht. Das kann man so sagen. Es sind, ähm, einige Sachen, einige, einige Aussagen dabei, wo Quellen nicht richtig zitiert werden. Das wird auch in dem einen Beitrag, den ich euch da verlinkt habe, dann wisst ihr, von wem ich rede. Ähm, da, da werden Sachen ausgelassen, damit, da, damit es dient, ähm, damit es ihrer Berichterstattung dient. Und keiner, äh, die, sie, sie berichten nicht neutral darüber und nicht den Quellen entsprechend. Ähm, von daher muss man, wenn andere Leute jetzt damit kommen, dass sie sagen, oh, aber in der ARD oder ZDF oder keine Ahnung wo, da habe ich einen Bericht gesehen, ähm, die, die haben das so und so erzählt und denen kann man ja glauben, tut mir leid, das kann man ihnen nicht. Das ist das Problem dabei, ähm, dass es an dieser Stelle wirklich von, von diesen Medien sehr einseitig berichtet wird. Und das ist jetzt nicht nur eine persönliche Aussage von mir, sondern, ähm, das kann man wirklich konkret nachlesen an Quellverweisen von diesen, von diesen, ähm, Sendungen, die da ausgestrahlt werden. Ähm, an, bei diesen Quellen wurde speziell an, an gewissen Stellen gekürzt, sodass es sich halt ganz furchtbar anhört, dass Computerspiele das Schlimmste auf der Welt sind und, ähm, halt, wie gesagt, diese Klischees hervorrufen. Ähm, und daher, wenn jemand damit kommt mit, äh, einigen Sendungen und da dann in die Richtung Quellverweise hat, könnt ihr sagen, das ist leider, leider, leider keine seriöse Quelle mehr. Ähm, und dann dürft ihr halt nicht sagen, meine Quelle ist das Internet, weil das Internet ist nun mal, man findet alles im Internet. Einfach alles. Wenn, ich kann euch ein gutes Beispiel geben, ähm, um bei meinem Fach zu bleiben. Mathe, ähm, was ganz Einfaches, wenn ich euch sagen würde, dass, äh, es keine, ähm, wie heißt das jetzt, es gibt keine Punktvorstrich-Regel. Also, dass ich mal vor Minus rechnen darf, muss, wie auch immer, ähm, die gibt es nicht. Wenn ich das irgendwo ins Internet schreiben würde, ähm, das würde vollkommen untergehen und als falsch abgestempelt werden. Ich wäre als Idiot, würde als Idiot dastehen, ähm, weil natürlich nicht nachgewiesen, schwer nachgewiesen werden kann, dass ich wirklich Ahnung von dem Thema habe und dass ich das seit mittlerweile über zwei Jahren tagtäglich damit arbeite. Ich löse auch gleich auf, warum, ähm, und das soll einfach nur verdeutlichen, dass man leider im Internet einmal jede Meinung findet und eine relativ simple Meinung. Ich würde jetzt ungern das, den Begriff bürgerlichen dafür benutzen, weil der hört sich so negativ an und, ähm, in dem Zusammenhang, äh, von mir arrogant. Das ist jetzt aber gar nicht so gemeint, sondern die Leute, die, die mich da verbessern würden, die wissen es einfach nicht besser. Die, die wissen nicht, dass ich das studiere, die wissen nicht, dass, ähm, dass das Ganze, äh, einen Sinn hat, was ich da sage und dass man mir in dem Fall vertrauen kann. Und die vertrauen auf das, was sie gelernt haben und, ähm, ja, so ist es halt dann mit allen Meinungen, wie zum Beispiel, ähm, ich gucke nochmal auf meinen Zettel, äh, das mit dem Krieg, was ich am Anfang gesagt habe. Das haben Sie mal gehört, das klingt plausibel, das bleibt so, ähm, darüber will, das, das ist Gesetz, Punkt, fertig, aus, Schluss. Da, da braucht man gar nicht drüber diskutieren, ähm, das ist Gesetz so, da, wenn jemand was anderes sagt, dann, dann ist er verblendet, äh, irgendwelchen Verschwörungstheorien auf den Leim gegangen oder ähnliches. Deswegen niemals, niemals in der Sache, gerade wenn ihr dann so alteingesessene Medien wie das Fernsehen oder, keine Ahnung, Radio oder sowas oder, ähm, Reporter kritisiert, die bei, bei staatlichen Institutionen arbeiten, nicht mit Internet argumentieren, sondern einfach in dem Fall mit höheren, wichtigeren, nee, 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 wichtig nicht, sondern, ähm, ich will gerade mit seriöseren Quellen, wie in dem Fall die Berliner Charité, äh, damit solltet ihr in dem Fall argumentieren. Und, ähm, dann halt auch sagen, woher ihr das habt, was die Quellen sind, etc. Das ist, letztendlich erzähle ich euch gerade, was wissenschaftliches Arbeiten ist, inwiefern man, ähm, worauf man da achten muss, etc. Nämlich, dass die Quellen seriös sind und, ähm, dass man da niemandem auf den Leim gegangen ist. Ähm, ja, dazu dienen halt die Links in der Beschreibung. Der Spiegel, äh, und die Welt und, etc. Das sind alles Institutionen, die sind ziemlich angesehen. Wenn ihr damit argumentiert, dann seid ihr in der Regel leider auch nicht immer auf der resicheren Seite. Ähm, aber diese, äh, Medien haben eine sehr gute Quellenangabe und zur Not müssen die Leute, die euch nicht glauben, dann sagt ihr hier, guckt in die Quellen von dem und dem, ähm, da werdet ihr direkt zu einem wissenschaftlichen Paper, so heißt das, ähm, verwiesen und da könnt ihr das dann eins zu eins vom Autor der Studie nachlesen, was, dass das korrekt ist, was in diesem Artikel steht. Und denn diese Autoren, die die Studien, oder die Reporter, die die Interviews mit den Wissenschaftlern führen, die müssen sogar, ähm, ihre Artikel von den Wissenschaftlern bestätigen lassen. Die lesen sich das durch und die sagen, ja, das, was du da geschrieben hast, entspricht der Wahrheit, oder nein, du darfst das nicht veröffentlichen. Und daher, diese Quellen, die ich euch da gegeben habe, sind sicher. Jetzt weiß ich gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Genau, die Berichterstattung von den öffentlich-rechtlichen Medien. Ich finde es wirklich peinlich, was da oftmals passiert, ähm, was da für, was da für, äh, Meinungen vertreten werden, die halt auf, 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 auf keiner wirklichen Grundlage sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht diskussionsfähig ist. Über Computerspiele sollte man immer diskutieren und das wirklich immer alles kritisch hinterfragen. Aber, da wurde ich, ich gerade angeschrieben, nicht ihr, ähm, aber man sollte es halt mit den richtigen Medien machen. Gut, jetzt habe ich genug gequatscht. Ihr merkt, habt sicherlich gemerkt, dass das ein Thema ist, über das ich wirklich sauer werden kann, wenn Leute da halt mit mir kommen, von wegen, ja, nee, ich habe aber mal gelesen, etc., bla, bla, blub, blub. Ähm, von daher, ich hoffe, ich kann euch damit weiterhelfen und vor solchen Argumentationen, ähm, seid ihr jetzt hoffentlich gefeit. Verweist auch gerne auf das Video, ähm, ansonsten gucke ich mal, wie weit ich jetzt noch komme und erst mal, wie viel ich aufgenommen habe, weil ich will das Video jetzt auch nicht zu lang machen. Ähm, ja. So, ich habe das Gebäude da oben angefangen, den Tower, und so richtig zufrieden bin ich irgendwie nicht. Es sieht, es, es sieht wirklich, also es sieht hochhausmäßig aus. Ich kann hier mal, ähm, in meinen alten Wolken-Dings, wie habe ich es genannt, Wolkenhochhaus habe ich es, glaube ich, genannt damals, da mal reingehen und von da gucken, aber wie gesagt, es sieht wirklich sehr klotzig aus, aber weiß ich nicht. Es ist halt ein Hochhaus, es ist, äh, an Bioshock Infinite angelehnt und da ist es das nun mal hochhausmäßig. So, nee, so richtig zufrieden bin ich mit dem Gebäude nicht, aber es kann halt nicht jedes Gebäude perfekt sein. Naja, ich zeige euch trotzdem nochmal, was ich vorhabe. Das werde ich dann off-camera machen, das ist einfach nur, äh, Villager hin und her transportieren und dann, äh, ziemlich repetitive Arbeit machen und zwar da oben die letzten, äh, Stockwerke einfach noch draufsetzen. Ja, ähm, so gehen wir mal hoch. Hier vorne schön mit, ich weiß nicht, wie man es nennt, so Sonnenschutz-Dinger mit bunten Farben. Ähm, apropos Farben, das ist auch das, was mir hier irgendwie nicht gefällt. Ich hab lange gesucht und ich war versucht wieder mit Sandstein zu arbeiten, das passt einfach am besten und bin jetzt hier mit, das ist Enderside meine ich, hab ich schon im Inventar, ja, Enderside. Ähm, bin jetzt mit Enderside und blauem, äh, Clay dahergekommen. Hm, auch irgendwie eine Kombination, die, die sehr, ja, ja, traurig, also, ja, nicht traurig, sondern sehr, sehr steril wirkt. Das ist nicht viel Farbe da drin, gefühlt. Aber kommen wir hier zu dem Innenraum. Äh, ja, das war richtig gut. Und zwar soll das hier halt meine komplett automatische Essensmaschine werden. Das heißt, jeweils in die vier Ecken kommen Farmer-Villager und hier in die Mitte kommt zusätzlich ein beliebiger Villager und die Farmer-Villager wollen jetzt mit den anderen handeln und dementsprechend ernten sie ganz fleißig ihr Essen ab, stellen sich hier in den Zaun, gucken den anderen an und versuchen ihm das zu geben. Ähm, das Schöne ist nur, das funktioniert nicht. Ich überlege gerade, da ist es drin. Ja, da habe ich ein bisschen rumgetestet. Wo ist mein Testgebiet? Da vorne. So sollte das, so sieht das Ganze in der Theorie aus. Ich hoffe mal, ich treffe jetzt auch einen, der handelt. Dann kann ich mal schnell das Bohnen mielen. Ähm, genau. Und dann seht ihr gleich, wie die halt anfangen zu arbeiten. Ups. Und dann hoffentlich handeln sie zur Not. Müsst ihr mir das einfach mal glauben. Das geht so, wie ich das hier aufgebaut habe. Da fängt jemand an zu ernten. Ich muss weit genug weg sein, dass die nicht mit mir agieren wollen. Aber es sieht schon böse aus mit dem Sticky Pisten. Den braucht man theoretisch nicht. Damit hatte ich experimentiert. Äh, der sammelt aber nichts auf, was hingeworfen wird. Von daher, wie gesagt, ist es relevant. Und der Villager in der Mitte ist einfach nur dazu da, dass, dass die, die Farmer Villager, da habt ihr gesehen, Brot wurde hingeworfen. Damit die Farmer Villager immer einen haben zum Handeln. Und ja, hier kommt das Ganze rein. Das läuft jetzt gar nicht so lange. Und es sind wirklich nur vier, die da arbeiten. Ähm, ja, funktioniert super gut. Äh, kostenfreies Essen, sehr schön. Ich habe ein paar andere Designs ausgetestet. Ja, ich habe auch mit, äh, den, den, den Share Farmern, wie heißen die, Shepherds, rumprobiert, hätte ich auch nachlesen können, dass es nicht geht. Aber das habe ich schnell aufgebaut, damit ich nicht nachlesen muss. Auf jeden Fall, die anderen Designs funktionieren, äh, bei weitem nicht so gut. Hier habe ich das Gefühl, hat der viel zu viel Platz. Das sind sieben, und zwar seitdem ich das aufgebaut habe, sind das sieben Kartoffeln. Und hier sind sie zu eng, da versuchen sie durch die Wand zu handeln. Und das ist im Moment das Effektivste. Gut, das wäre es auch mit dieser Folge. War wieder viel geredet, aber ich, ich glaube, dass es euch hilft. Und, ja gut, ich habe das Gebäude jetzt immerhin schon halbfertig. Da kommen dann meine Villager rein, und das mache ich alles off-camera. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Wenn nicht, schreibt mir in die Kommentare, was ich verbessern kann. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, und tschüss.